ARD Text im Auftrag des ZDF Da sind schon ein paar Hauser, wo die Türen schon an Verschlag haben Ja eben ja Aber das ist ja kein Problem, das ist im Endeffekt nur gegen Zombies jetzt noch im Endeffekt Das weiß ich nicht, ich hab's Mit der Axt kriegst du's leicht auf Ich hab vorher ein wenig dagegen gehabt, das ist aber nicht wirklich was weggegangen Nein, ich hab kein Problem damit gehabt, leicht Alter, der Hund hat dann Hunger immer Ja Warte mal, jetzt kann ich, vielleicht kann ich jetzt Kaffee machen Na warte auf mich, komm ich auch vorbei auf einen Kaffee Ja Ground Coffee, so Was mach ich jetzt? Alter, wo bist du? Purified Water Weißt du ungefähr, wo du bist? Ein Kaffee Rezept, äh nein Null Ahnung Mach man sich Kaffee Achso, da war ich wieder Campfire Na gut Na gut Dann Find man das Oh Wie kann ich denn die ganzen Sachen nehmen? Was ich nehm? Nee Außer du hast keinen Platz mehr Ich hab nen Sack gefunden, da ist ein Hammer drin Ja, musst du rüber ziehen, rechts in dein Inventar Was bedeutet das denn, wenn das rot ist? Wo bist du grad Frosty? Rot ist keine Ahnung Bei mir sind viele Spieler Bei mir sind viele Spieler Bei mir nicht so Aye Friendly Ja, das hier trauen ich die anderen Spieler Was haben wir denn alles? Ah, ich hab jetzt hier so ne, ähm Da ist wohl einer gestorben Da hab ich jetzt Aus sein Loot Ja Da hab ich jetzt, äh Wasserflasche und ne Axt Und ein Messer Aber das ist bei mir rot Vielleicht ist die kaputt Vielleicht ist das schon schlecht Das Messer Dann geb ich sie Gott ein Villa gefunden Und ein Villa war ja Ich hab jetzt vorher So Wooden Era Woah Oh Wann ich weiß Was ist das? Das war's Das war's Ich hab's Das war's es funktioniert nicht schlecht ich habe jetzt pfeil und bogen gebastelt ja wie hast du es gemacht ich habe die rezepte schon erforscht habt jetzt habe ich eine andere frage wenn ich jetzt zum beispiel im inventar ist da steht ja account items ja so jetzt habe ich da dreimal event ticket ein schlüssel und zwei krate was bedeutet das das kannst du dir holen das ist praktisch deine zusatz sachen erst mitgekauft im endeffekt okay wo hol ich mir die wie kannst du dir dann für echt geld kaufen also also du kannst einen bogen mit scrap of clothes also kleidungs abfälle und einen wood stick machen wir hängen die pfeile mitten in der luft ja wir sind bei mir in der luft gewesen ja also frei die ich bin gleich da weil ich bin nämlich jetzt da wo ich wohin heute morgen war bist du noch in der stadt neben der stadt bei der villa bin ich jetzt weiß ich wo die villa ist ich glaube ich glaube wir gerade zu wasser stelle und dann kommen wir hier wieder zurück zu stadt ich bin glaube ich bei einer tankstelle oder sowas in der art Kann man das dirty water irgendwie reinigen auch oder? Weißt du das? Wahrscheinlich abkochen. Wäre eine Möglichkeit. Ist das so wie bei DayZ, dass du Streichstelzer brauchst für Feuer und so? Ja. Ja? Ja. Da liegt ein Sack. Wo ist das? Oh. Aber ist ein Der auf mich geschossen? Scheidern? Er schieß glaube ich mit Pfeil und Bogen auf mich. Ich habe gerade einen größeren Gürtel gefunden. Sehr schön. Mhm. Wie kriege ich denn die Wasserflasche in meiner Hand? Geht das nicht? Was willst du in der Hand damit? Was willst du in der Hand damit? Ja das Problem ist, ich möchte gern ähm... Wasser füllen aber... Ja dann gehst du zum Wasser, gehst auf die leere Wasserflasche mit der rechten Maus, da ist der in der Fuze. Dann füllt sie es mit Wasser. Weil ich stehe mitten im Bach drin. So wie es der Frederiker gesagt hat. So. Oh, ein Reh. Ich muss raus aus der Stadt wieder. So. So wie immer, dass es verzaunend ist. Aber ich kann mich gar nicht beschweren. So. 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 Das Fleisch ist nicht so gut ne? Weil ich habe grad ein Reh geschlachtet. So um ein Reh. Macht nix ich hab Hunger. Der ist doch ein bisserl. Beeren gepflückt. ist egal ich hab hunger perfekt kannst du selber einen kaffee machen press chicken sehr gut blackberry juice habe ich auch noch nicht geschafft zum herstellen oder blackberry juice wenn ich discovery druck kann ich auch zu dort hineinfügen und dann nix mehr ja du brauchst das pregnant water und nicht das stagnant also das schwangere wasser oder was weiß ich weiß man muss sich nicht dafür sorgen dass das wasser schwanger wird ich will gar nicht wissen was du da jetzt machst ich geh zu einem männlichen wasser ach so ich glaub du machst das gleich höchstpersönlich ja das geht ja nicht so was jetzt könnte ich mal den bogen ausprobieren und wie hast du den pfeil am bogen hergestellt wenn ich fragen darf äh darf es nicht ich frag trotzdem wie hast du den pfeil am bogen hergestellt für einen bogen braucht steckerl ach ja die habe ich und piece of clothes ich will schauen ob ich das habe ja jetzt da also mit drei pfeile habe ich jetzt ich habe eine frage bitte dann frag doch ich habe einen zombie jetzt getötet ja jetzt hat er so einen beutel fallen gelassen ja äh wie kriege ich denn die sachen daraus muss ich die jetzt alle rüber ziehen ja ich glaube der kann den beutel aufheben oder mit eh mhm er kann den ganzen beutel aufheben ja probier mal oh ah reicht das wenn ich mich einmal verbinde ja ne so der beutel hier ist der beutel ah ja und ja ja So, wir gehen zum gelben Lieferwagen, der hat nix drin, und dann weiter geht's. Ey, Wasser gefunden. Alphabob. Weapon Repair Kits hab ich gefunden. Oh, sehr geil. Woodstock? Was ist denn Woodstock? Oh, super. Holzsteckerl. Die Beeren auch hier. Aha. Ist auch kein ganz sauberes Wasser. Ist auch sehr gern das Wasser. Ja. Ah, wirklich. Hilfe. Was ist denn? Hier will mich einer töten. Ist das schön vorkommen. Ja. Ja. So, weil jetzt hab ich vier Pistolemeter und es kam ohne. Ja. Das war's das mega mit dem Schwabschützengewehr. Ja. Hey, du bist in der Stadt. Ich komme. Der läuft hinter mir her. Schieß den. Warte, ich komme. Ja. Mit Wattebäuschen, oder? Du kannst ihm die Pistole nachschießen. Von wo kommst du? Oh, der hat mich echt zugesetzt, der. Aber ich hab das Repair Kit mitgenommen. Mit Pfeil und Bogen schießt er, oder mit was schießt er? Nee, der jagt mich mit der Axt. Ja, ich muss wissen, wo du reinkommst. Schnell die Kraft, da schnell Pfeil und Bogen. Ich hab nicht dazu da. Du hast kein Stückchen Kleidung? Holz hab ich schon da nicht geschmissen, weil ich keinen Platz hab. Mach ich gar nicht. Muss ich mir schnell Holz holen. So, jetzt läuft es Gott sei Dank nicht mehr hinter mir her. So ein Arschloch. So. Mal wieder ein paar Bläherchen. Wie viel Holz brauch ich da? So. Holz hab ich. Muss ich mein Level zerstören. Ich bin jetzt in der Stadt. Äh, ja. Wenn du keine... Klaus hast. So nix. Siehst du den Wasserturm, Frosty? Den Wassertau? Wo ist denn den Wasserturm? Ich sehe nicht. Ich sehe ne Kirche da oben. Da geh ich jetzt mal hin. Ja, dann treffen wir sie bei der Kirche. Weiß wo die ist? Ja, ja. Ach so. Ich nehme mal die ganzen Pfeile mit, was ich finde. Oh boy, chill. Hello. Da ist da der Auto. Sicher nicht fahrbereit. Was ist denn ein... Mit kleinem Pong auf mich? Ja, okay. Hm? Was fragst du? Oder ich hab hier all in one cold Medizin hab ich auch... ...befunden. Da ist eine Tonne was fremd. Kann ich da auch mal Fleisch vielleicht machen, hm? Bitte? Ja. Wahrscheinlich. Boah, die haben so grasliche Mikros da auch. Ich hab hier noch mal ein Hubschauer, wo man rumkriegen. Jetzt ja erst dann mit einem Hubschauer wo man rumkriegen. Und was geht's noch? Oh cool. Hey Dude, bist du am liebsten? Ja, ich bin am liebsten Oh Mann, er hat eine Schuss, ich komme mit ihm Warte auf mich, Mann Du hast eine Schuss Ja, ich habe eine Schuss, und? Ich komme mit dir, ich bin am liebsten Ich habe mich da zum Auto drin und kann dich fahren Geh weg, buddies Ich werde dir direkt auf dich, ich werde dich nicht schrauben, ich werde dich nicht schrauben Nein, nicht schrauben mich, ich werde dich nicht schrauben, wir sind am liebsten Ja, ich weiß Mann, wir sind am liebsten, wir werden dich nicht schrauben Wenn ich dich schrauben hätte, würde ich es schon gemacht Ich will dich nicht schrauben, ich will dich mit einem Freund Ich habe mich nur zu tun, dass ich mich mit einem Freund Ich bin nur weg und das ist gut Nein, aber kann ich einfach mit dir kommen? Nein Du siehst, wie du weißt, was du machst Ich habe einfach kennenzulernen, ich weiß ihn nicht Ich glaube, ich bin nicht in dieser Stadt mit der Kirche Okay Bis zum nächsten Mal.